Moin sehr ihr Fuchs da draußen und willkommen zu einem kleinen neuen Projekt hier im Fuchsbau. Ich bin der Blaufuchs und begrüße euch zu World of Warcraft Classic. Ja, was ist denn nun los? Fuchs, du spielst keinem WoW mehr und auch gar keine MMOs mehr. Ja klar, mach ich auch nicht, hab ich eigentlich auch keinen Bock mehr drauf. Aber, so viele Leute haben sich WoW Classic gewünscht, das war extrem und ich dachte mir, komm scheiß drauf. Wenigstens mal ein bisschen das Original WoW Classic sich reinziehen, das kann man eben nochmal machen. Deswegen, lasst uns nochmal ein letztes Mal zurück nach Azeroth reisen und ein bisschen WoW Classic spielen. Ich hab ja auch extra, weil ich von Anfang an dabei sein will, um euch morgen damit zu überraschen, so quasi Dienstag morgens, zack, der Fuchshaut so eine Folge WoW Classic raus, hat nichts davon gesagt, du, passiert einfach. Hab ich mir extra als Wecker gestellt, dass ich um 0 Uhr pünktlich dabei sein kann. Selbstverständlich hab ich den Wecker nicht gehört und hab einfach weitergepennt, weswegen jetzt, was haben wir jetzt? 0 Uhr 20 am 27.08. und ich bin in der Warteschleifenhölle. Grüße gehen raus an das Häschen, der hat's natürlich geschafft, um 0 Uhr pünktlich da zu sein. Ist so reingeflutscht. Ich häng jetzt hier rum und werde wahrscheinlich diese 42 Minuten jetzt hier rumeiern. Morgen auf Arbeit mir ein Apeiern, weil ich so müde sein werde, aber wir ziehen's durch. Wir ziehen's durch. Ich werde jetzt einfach hier mal den Rest in der Warteschreife verbringen und hol euch dann dazu, wenn's dann soweit ist. Wenn wir Glück haben, dauert's nicht mehr so lang. Das geht hier ständig rauf und rab. Also ich denke mal, mit Glück dauert's jetzt nicht unbedingt nur 46 Minuten. Vielleicht auch nur noch 20. Schauen wir mal. Es geht ja munter runter, ne? Ich hol euch auf jeden Fall zurück, dann, wenn's soweit ist und ich drinne bin. Drückt mir mal die Däumchen, dass ich dann auch nicht irgendwie wieder rausfliege oder so. Das wird schon werden, ne? Bis gleich dann, euer Fuchs. Moin, sehr ihr Fuchs da draußen und willkommen hier im Fuchsbau. Ich bin der Blaufuchs und begrüße euch heute zu einem kleinen neuen Projekt. Ja, ihr werdet's nicht glauben, aber der Fuchs hat sich doch WoW-Klassik organisiert. So viele haben sich das gewünscht und ich weiß, ich hab gesagt, ich spiel kein World of Warcraft mehr und so weiter. Also ich hab hier auch gar nicht so Bock, aber irgendwie hat's mich dann doch gereizt, einmal zurück in die Fußstapfen an den Anfang von World of Warcraft zu blicken. Und deswegen hab ich mich jetzt hier bis 1.09 Uhr durch die Warteschlange gequält. Grüße gehen raus an das Häschen, der es geschafft hat, direkt durchzukommen. Und ich würd sagen, wir schnacken auch nicht allzu lang. Ich hab es tatsächlich schaffen können, mir den Namen Füchschen zu sichern. Den Charakter musste ich vorher schon erstellen, deswegen seht ihr jetzt Charaktererstellung nicht, aber ich glaub, das kennt ihr inzwischen. Wir spielen mal wieder eine weibliche Kuh, weil die immer noch am coolsten sind. Sind natürlich auf der Horde-Seite. Und ich würd sagen, bevor ich hier rausfliege, geb ihm. Hoffen wird das Beste, Leute. Hoffen wird das Beste. Bitte nicht noch eine Warteschlange, um Gottes Willen. Ich hab gehört, es gibt eine Warteschlange von einer Warteschlange, aber bis jetzt... Schauen wir mal. Ne wahr? Es scheint wohl richtig voll zu sein. Also richtig voll. Einst durchstreiften die nomadischen Tauren die endlosen Ebenen des Brachlandes und jagten die mächtigen Kodos. Die über das ganze Land verstreuten Stämme vereinte lediglich der Hass auf den gemeinsamen Feind, die marodierenden Zentauren. Immer diese Zentauren! Bei der Suche nach Verbündeten schloss der große Häuptling Cairn Blatthof Freundschaft mit den wilden Orks, die nach Kalimdor gekommen waren. Mit Hilfe der Orks konnte Cairn und sein Stamm die Zentauren vertreiben und das Grasland von Malgor für sich erobern. Auf der windumtosten Ebene vom Thunder Bluff schuf Cairn eine Zuflucht für sein Volk. Mit der Zeit vereinigten sich die verstreuten Stämme unter einem Banner. Holy Shit. Die edlen Tauren sind zwar von Natur aus friedfertig, doch die Rituale der großen Jagd gelten als Herz ihrer spirituellen Kultur. Als Stammeskrieger von Malgor müsst ihr eure Fähigkeiten in der Wildnis prüfen und euch bei der großen Jagd beweisen. Du, ich werde das versuchen, aber es ist ein bisschen voll hier. Willkommen bei World of Warcraft. Sobald der Spieler auf etwas Neues trifft, erscheint eine Hilfe-Button in der unteren Mitte des Bildschirms. Ein Klick auf den Button ruft eine kurze Erklärung auf, wie man mit diesem Teil der Welt interagieren kann. Die Tipps beginnen mit der Grundlage und Erläuterung mit steigender Erfahrung, immer fortgeschrittenere Themen. Danke fürs Spielen und viel Glück bei den Abenteuern. Juhu, alles klar, du. So, meine Lieben, willkommen zurück in World of Warcraft. Ihr erinnert euch vielleicht, wir haben, ich habe vor vielen, vielen Monaten mal auf so einem Peace-Server die klassische Version gespielt und nun hat Blizzard, wie ihr seht, offiziell eigene Classic-Server rausgeballert. Ich grüße erstmal alle hier. Moin, moin. Und, ja, man sieht, das Ganze ist ein bisschen überlaufen, aber das läuft wohl. Das Beste ist auf jeden Fall, es regnet nicht. Ihr kennt das ja schon von mir. Normalerweise, wenn ich irgendwo joine, es ist Nacht und es regnet. Nacht haben wir immerhin, aber, ey, es regnet immerhin nicht. Ja, was muss man sich jetzt hier runter vorstellen? Also, wir spielen jetzt hier World of Warcraft Classic und das ist im Grunde tatsächlich die, ja, Interpretation von dem alten World of Warcraft. Also, damals, wie es rausgekommen ist mit Patchstand, frag mich nicht irgendwas. Also, relativ am Anfang, so die ersten zwei, zwei, drei dicken Patches. Ansonsten hast du World of Warcraft so, wie es seinerzeit damals released worden ist, ohne Add-ons, ohne die ganzen Komfortfunktionen. Ein bisschen was aus der neuen Ära ist mit reingekommen. Wir haben jetzt zum Beispiel am Anfang das sogenannte Facing. Bedeutet, alle Spieler sind zwar auf dem gleichen Realm, aber es werden nicht alle gleichzeitig angezeigt, weil einfach, ihr seht ja jetzt schon, hier ist ja jetzt schon der Mega-Clusterfuck. Es ist ja irre. Und das wird aber wohl mit zunehmender Zeit dann auch später abgeschaltet. Also, dieses Facing soll nur am Anfang sein, weil es halt eine der moderneren Techniken ist. Das kommt später, wird dann deaktiviert, wenn sich das hier alles ein bisschen gelegt hat. Der Ansturm ist natürlich jetzt zum Start, wie man es erwartet hat, etwas extrem. Ich gucke mal, wie viele Folgen ich jetzt mache, weil es ist sehr spät. Ich habe mir extra Wecker gestellt, damit ich rechtzeitig aufwache. Den Wecker habe ich natürlich überhört, weswegen ich mich jetzt durch diese Warteschlange quälen musste. Aber wir sind nun drin und ich würde sagen, wir legen nun einfach mal gemütlich los. Wir spielen eine Jägerin. Wir versuchen so ein bisschen aufs Pad zu gehen. Was ist das hier unten eigentlich? Kleiner Munitionsbeutel. Ah ja, wir haben auch sogar schon einen kleinen Munitionsbeutel. Sehr schön. Das Ganze, wenn ihr ein bisschen meine anderen Displays geguckt habt von World of Warcraft, das Ganze läuft hier um einiges anders als dann jetzt in den moderneren Versionen. Hier gibt es, hier muss man noch seine Waffen leveln. Hier gibt es noch Talentbäume, die wesentlich komplexer sind. Und ich muss sagen, ich bin nicht so... Guten Morgen, was geht hier ab? Hier ist einfach nur Stress. Aber schön, mit dabei zu sein. Deswegen, ich wollte mir diesen Ansturm am Abend einfach geben. Ich wollte das nicht verpassen. Das ist nun mal einfach so. Also auf jeden Fall, hier ist einiges noch ein bisschen anders. Und ich muss auch gestehen, ich kenne mich mit den Skills nicht aus. Ich kenne mich mit den Talentbäumen nicht aus. Wenn jemand irgendwie eine Ahnung hat, Fuchs, pass auf, als Solojäger Gehst du am besten mal in die Richtung oder fokussierst dich auf den und den Skill? Gerne in die Kommentare schreiben. Ich bin bereit für alles. Ihr müsst es immer wieder so sehen. Ich bin ein WoW-Noob. Ich habe keinen Plan von Nix. Ich habe letztes Mal auch nur überlebt, weil das Häschen mich mit einem quasi fertigen Skillset-Dings versorgt hat, womit ich dann easy peasy durchkam. Diesmal versuche ich natürlich ein bisschen selber weiterzukommen. Und mir auch mal... Wir lesen uns diesmal auch Skills durch und so. Also wir werden jetzt mal versuchen, ein bisschen tiefer in die Materie einzusteigen. Ich will einmal dieses Erlebnis einfach haben, so wie das damals seinerzeit gewesen ist, als das Game rauskam. Deswegen habe ich mich doch noch mal dazu durchgerungen. Und ja, jetzt haben wir genug geschnackt. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Sorry, wenn es ein bisschen chaotisch hier losgeht, aber es ist sehr spät. Und na ja, ich habe nicht damit gerechnet, dass das heute noch was wird. Deswegen, ich bin ein bisschen müde, aber wir kriegen das gebacken, würde ich sagen. Seid gegrüßt. Hallo, Grulhawken. Seid gegrüßt, Füchschen. Und willkommen im Camp nach Rache. Die Kunde eures Kommens hat sich wie ein Lauffeuer im Stamm verbreitet. Die Jagd beginnt. Ach Gott, das ist alles noch anders. Auch das ganze Interface ist viel größer. Ihr seht vielversprechend aus. Und ich denke, ihr werdet euch dem Stamm gegenüber beweisen. Vielleicht wird man euch eines Tages in der großen Stadt Thunderbluff willkommen heißen. Bevor das jedoch möglich ist, müsst ihr euch meines Vaters, Häuptling Hawkwind, beweisen. Wir hier oben auf der Red Cloud Mesa sind stolz auf unsere hervorragenden Jagdfertigkeiten, tauchen, jagen aus Notwendigkeit und als sportlicher Wettkampf. Unsere Fleischvorräte gehen zur Neige und wir brauchen Federn, um Kleidung herzustellen. Jagd die in der Nähe herumwandernden Ebenenschreiter und beweist euch, indem ihr für Nachschub, für das Dorf sorgt. Auf euch wartet eine dieser Belohnungen. Entweder kriegen wir so einen normalen Gürtel richtig fesch oder bemalte Kettenhandschuhe. Wir bleiben beim Gürtel. Mögen die Vorfahren euch schützen. Ich hoffe auch, dass die Vorfahren mich schützen werden. So, ich gehe jetzt einmal kurz, nur dass ihr es einmal seht, weil es auch ein bisschen interessant ist, einmal zurück ins Optionsmenü. Interface. Ne, das ist alles in Ordnung. Abbrechen. System. Ihr seht, unsere Auflösung ist auf Volldampf geballert und dennoch ist die GUI relativ groß. Also, tatsächlich, ich glaube, die Skalierung gab es hier seit einer Zeit noch nicht. Im Neuen, wenn ihr euch noch erinnert, war alles wesentlich kleiner. Hier ist alles riesengroß und nimmt richtig viel Platz ein. Mir persönlich gefällt es ganz gut, man kann es sehr toll lesen. Und hier nur einmal, dass ihr seht, wir haben alles auf Ultra geballert, also alles, was geht, Volldampf. Und bei Erweitert, ja, habe ich jetzt nicht alles auf Mega Volldampf geballert, glaube ich, aber das passt. Ah, hier ist die UI-Skalierung. Alles klar. Ich lasse die mal auf Standard. Ich finde das ganz angenehm. Man kann gut was sehen. Ne, wieso nicht? So, was haben wir denn hier alles? Bewegen. Ihr bewegt euch mit den Tasten A, S, D, W. Heißt das nicht mal W, A, S, D? Mit den Pfeiltasten oder indem ihr die linke und die rechte Maustaste gleichzeitig gedrückt haltet. Alles klar. Okay, den kannst du jetzt auch wegtun. Achso, hier, Questgeber. Questgeber erkennt ihr an einem Ausrufezeichen über ihrem Kopf. Ihr könnt mit Questgebern sprechen, indem ihr ganz nah an sie herantretet und sie mit der rechten Maustaste anklickt. Oh, das haben wir schon verstanden. Zielen. Mit der linken Maustaste wird ein Ziel ausgewählt, mit der rechten Maustaste wird damit interagiert. Also man kloppt dann mit Volldampf auf es drauf. Ne, wie das so läuft. Questlog. Ihr könnt euren Questlog öffnen, um euch die Quest anzusehen. Klickt dazu auf den goldenen Kelch, der sich in der Mitte der Leiste am unteren Bildschirmrand befindet. Das Gute ist, wenn wir jetzt hier mal raufgehen und wir sehen jetzt diese Quest, die wir aktuell auch aktiv haben. Ihr seht, wir haben hier weder dieses Questlog, wo wir das sehen, noch zeigt uns das Ziel, also zeigt uns das Ding auf der Map diese eingekreisten Bereiche an. In dem neuen World of Warcraft seht ihr immer konkret, wo müsst ihr hingehen und auch den Bereich, wo ihr das Loot findet. Du, das war damals nicht so. Damals gab es eine grobe Richtung und gib ihm. Mehr gab es da nicht. So, wir sind jetzt in der Red Cloud Mesa. Was haben wir denn aktuell für Skills? Normales Angreifen, dann haben wir einen Raptor-Stoß, ein heftiger Angriff, der Nahkampfschaden um fünf Punkte erhöht und automatischer Schuss. Schießt automatisch auf das Ziel, bis Aktion abgebrochen wird. Und dann würde ich sagen, los geht's. Wir nehmen so einen Ebenenstreiter vom Prügeln, den Raptor-Stoß und gib ihm. Wir machen ein bisschen Nahkampf erstmal. Ne, ganz entspannt. Ja, da levelt man auch noch Waffen hoch. Das kennt man auch in dem modernen WoW nicht mehr. Damals war das so, dass ihr eure Waffenfertigkeiten für die verschiedenen Waffenklassen hochleveln musstet. Ne, das gibt's heute nicht mehr. Heute hast du eine Waffe, gib ihm. Kannst du sofort verstehen. Das war damals anders. Hier müssen wir wirklich noch einzelne Waffen hochleveln. Ebenenstreiter Fleisch. Sehr schön. Weiter geht's. Die Drop-Raten waren seinerzeit halt auch wesentlich ungnädiger. Da dauerte alles wesentlich länger. Da musstest du viel mehr grinden, viel öfter auf Mobs kloppen, bis du dann das gewünschte Item bekommen hast. Alter, was ist denn hier alles los? Kampfmodus. Ihr wechselt in den Kampfmodus, indem ihr mit der rechten Maustaste auf euer Ziel klickt und euch anschließend in Kampf Reichweite begebt. Ihr holt dann automatisch zum Schlag auf euer Ziel aus. Zauber und Fähigkeiten. Wir werden auf jeden Fall tatsächlich die Tipps mal ein bisschen lesen, auch für alle die, einfach nur um dieses Gefühl zu bekommen. Wir tun mal wirklich so, als hätten wir es noch nie gespielt. Ihr könnt Zauberwirken und spezielle Fähigkeiten bei Feinden anwenden, indem ihr einen der Buttons in der Aktionsleiste im linken unteren Bereich des Bildschirms anklickt. Plündern. Klickt mit der rechten Maustaste auf den Leichnam einer Kreatur, um ihn zu plündern. Rechts klickt dann im Plünderfenster auf einen Gegenstand, um ihn in euren Rucksack zu packen. Rucksack. In eurem Rucksack befindet sich ein neuer Gegenstand. Ihr könnt unten rechts im Bildschirm auf den Rucksack-Button klicken. Um euren Rucksack zu öffnen, schiebt die Maus über den Gegenstand, um herauszufinden, was es ist. Anlegbare Gegenstände. Ihr könnt Gegenstände verwenden, indem ihr euren Charakter-Bildschirm mit dem Button in der Bildschirmmitte öffnet und sie aus eurem Rucksack auf euren Charakter zieht. Also da können wir nachher dann Rüstung und so weiter anziehen. Aber nun kümmern wir uns erstmal drum und kloppen noch ein bisschen auf Mops. Was ich mich jetzt wundere, diese Animation, dass das Gras sich so bewegt, gab es das damals auch schon? Ich glaube, das ist nämlich noch, das ist schon aus der moderneren Zeit. Es gab ja so ein paar Beklopte, die tatsächlich dann in den Hauptstädten nur so die Stühle gezählt haben, um zu gucken, ob auch wirklich genau die gleiche Anzahl Stühle da ist wie seinerzeit. Ein paar verrückte Fans sind da schon sehr deep in die Materie eingestiegen. So extrem wollen wir das jetzt nicht angucken. So, da haben wir eine Feder. Wir werden jetzt heute erstmal ein paar Ebenenschreiter kloppen und uns mal als würdig erweisen. Zack, guten Tag, hallo. Munition alle? Wie habe ich das vermisst? Ja, man kann hart davon ausgehen, dass vor allen Dingen halt dieses Classic sehr, sehr viele alte Spieler von damals wieder hervorholen wird. Wir wollen natürlich Respect Payne und uns auch entsprechend angemessen verhalten. Wir sind hier momentan auf dem PvP-Server. Äh, gar nicht wahr, PvE-Server. Sorry. PvP ist nicht so meine Welt, muss ich sagen. Deswegen, wir wollen es nicht zu stressig haben. Und der Hase befindet sich auch hier. Er ist leider auf der Allianz-Seite. Also, wie das immer so ist. Wir spielen jetzt natürlich endlich mal wieder die vernünftige Seite, die Horde. Diesmal habe ich mich nicht überreden lassen. Schön für die Horde, wie sich das gehört. Und, ja. Schauen wir mal. Ich bin ein bisschen aufgeregt, muss ich sagen. Mal gucken, wie lange ich durchhalte heute, bevor ich zu müde werde. Ich glaube, ich ziehe mir ein Käffchen rein oder so. Da wird das schon gehen. So, hier lecker bisschen Beinfleisch. Man hat ja auch manchmal ein bisschen Hunger, ne? Was haben wir hier? Gegenstände benutzen. Rechts klickt auf Gegenstände, um sie zu benutzen. Ihr könnt benutzbare Gegenstände in eure Aktionsleiste ziehen, wenn ihr sie benutzen wollt, ohne dabei den Rucksack zu öffnen. Also, Quick-Essen zum Beispiel, um eben schnell uns ein Stückchen Fleisch in die Wampe zu hauen. So, weiter geht's. Guten Tag. Eben mal munter drauf. Wir müssen gleich mal versuchen, auf die Distanz ein bisschen zu schießen. Willst du nicht hauen? Oh, das leckt, glaube ich, ein bisschen. Achso, ich habe nicht angegriffen. Alles gut. Man muss den Mob auch angreifen. Sonst, Lübler nicht, ne? Tatsächlich muss ich sagen, es läuft besser als gedacht. Also, wenn man überlegt, ich bin um Viertel nach online gewesen und ich habe jetzt eine Stunde in der Warteschleife verbracht. Das ging ja sogar noch. Also, ich habe jetzt mit mehr gerechnet, muss ich sagen. Ich dachte, hallo? Mob-Stealing? Naja, egal. Komm. Ihr seid zu weit entfernt. Irgendwie kann ich die drei nicht verwenden. Wahrscheinlich, weil ich noch gar keine Waffe habe. Das könnte das Problem sein. Ich glaube, ich habe noch gar keine Waffe zum Schießen. Lasst uns mal die Tasche öffnen. Nö, nö, noch nicht. Aber zähes Stockfleisch haben wir. Richtig lecker. Wenn man mal ein bisschen auf was rumkauen möchte, ist ein Bug. Sprach der Level 3 Krieger. Was ist hier los, Leute? Okay. Bam, 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 kann man eigentlich schon Auto-Loot anmachen. Eben kurz mal gucken. Interface. Äh, schnell plündern. Verwendet standardmäßig schnelles Plündern, wenn ein plünderbare Kreatur angeklickt wird. Bups, das habe ich ein bisschen verwirrt, äh, vermisst. Zurück zum Spiel. Wichtig nicht ausloggen, um Gottes Willen. Heute Abend nicht mehr ausloggen. Sonst kommen wir hier nicht mehr rein, du. Sonst kommen wir hier nicht mehr rein. So, Ebenenschreiter, bitte gib mir deine süßen, süßen Innereien. Ich muss mich als würdig erweisen, verstehst du? Ja, der Ebenenschreiter ist sich nicht ganz sicher. You activated my Trap Card. Aber man muss auch mal ein paar Yu-Gi-Oh-Referenzen reinballern, wieso nicht? So, bis jetzt bin ich relativ zufrieden mit der Drop Raid, also ich fühle mich jetzt noch nicht irgendwie super doll am Grinden. Eigentlich alles angenehm. Herzlich willkommen bei Second Life. Nee, du. Das gibt es ja übrigens immer noch. Früher hieß es ja immer, zum Testen, ob ein PC ausreichend genug geperformance hat, Can it run Minecraft? Inzwischen ist es ein bisschen auf Can it run Second Life gewechselt, weil die so bekloppt sind, was da Mods und auch Gebiete angeht. Aber tatsächlich etwas, wofür ich mich nie begeistern konnte, wo man da natürlich die Möglichkeit hat, seinen Avatar zu bauen und dann wirklich zum Beispiel ein Fuchs zu werden und sein zweites Leben zu leben. Aber ich habe mir immer gedacht, du weißt, mein erstes Leben ist schon stressig genug. Warum soll ich noch ein zweites kriegen? Glückwunsch! Ihr habt Stufe 2 erreicht. Ihr habt 17 Trefferpunkte und 6 Mana erhalten. Eure Beweglichkeit wird um 1 erhöht. Ausdauer auch um 1. Intelligenz auch um 1. Und Willenskraft auch um 1. Ehrlich. Ich habe im aktuellen WoW niemals so viele Spieler auf einem Haufen gesehen. Ja, es ist irre. Man muss es echt sagen, wie es ist. Es ist irre. Hier ist richtig was los. Ich habe, glaube ich, in meinem Leben noch nicht so viele Spieler auf einem Haufen gesehen. Ganz früher mal. Ich habe mal damals von meinem damaligen Freund zum Geburtstag World of Warcraft und Battle for Azeroth bekommen. Ich habe damals das Original-WoW habe ich selber nie gespielt. Ich konnte mir das als armer Schüler einfach nicht leisten. Ging halt wirklich nicht. Ich habe dann, sobald der allererste P-Server rauskam, auf dem allerersten P-Server World of Warcraft gespielt. Und das Ding war halt gänzlich super verbuggt. Da klappte nichts. Da klappte wirklich gar nichts. Aber es war die einzige Möglichkeit für ein armes, kleines Dorfkind wie mich World of Warcraft zu genießen. Und habe dann mit meinen Dorfkumpels, wir alle so arm und kein Geld für so ein Monats-Abo, haben wir dann auf diesem gubbeligen P-Server, wo die Hälfte der Sachen nicht funktioniert, haben wir dann World of Warcraft gespielt. War schon ein bisschen traurig. Aber es verbannt uns auch ein bisschen. Und dann kam halt Battle for... Nee, ich war... Burning Crusade. Wie ist denn das zweite? Ich glaube Burning Crusade, wo die Blutelfen dazu kamen. Da habe ich dann WoW, Burning Crusade und eine Timecard a 60 Tage bekommen. Und irgendwie beim Spiel selber waren 30 dabei. Und dann konnte ich diese 30 Tage plus meine 60 Tage spielen. Und danach hatte ich natürlich wieder kein Geld mehr, das weiterzuspielen. Aber das war das einzige Mal, dass ich WoW halt mal ein bisschen gesuchtet habe, so auf einem echten Server. Und da war richtig was los, weil da war gerade Veröffentlichung von Burning Crusade. Also ich habe es direkt zum Release bekommen. Und meine Fresse, da bist du dann in dieser Blutelfen... Ich habe einen Blutelfen gespielt und in der Blutelfenstadt hat man sich dann oben... Da musste man irgendeinem Typen den Kopf abschlagen und den holen. Und da haben die Leute sich dann brav angestellt. Dann hat man sich echt in so eine Reihe eingestellt. Es wurden immer Grübchen gebildet, damit acht Leute auf einmal den Quest machen konnten. Da hat man dann einfach random eben schon eine Gruppe gemacht. Und das hat einfach funktioniert. Da war man so höflich. Keiner hat sich vorgedrängelt. Man hat sich da in die Reihe angestellt, um diesen Quest zu machen. Das war total irre. Ja? Dass das so funktioniert hat. Und hier scheint das wahrscheinlich wieder so zu werden. So, ihr habt euren ersten Quest abgeschlossen. Um eure Belohnung abzuholen, solltet ihr zum Charakter zurückkehren, der euch diese Quest gab. Wenn ihr eine Quest abschließt, seht ihr den jeweiligen Questgeber auf eurer Minikarte, sofern ihr in seiner Nähe seid. Oh, das ist klar. Da würde ich sagen, gehen wir mal den ersten Quest ab. Nehmen hier aber schon mal den nächsten an. Irgendwas mit diesem Brunnen. Ich erinnere mich noch. Guten Tag, Großmutter Hawkwind. Friede sei mit euch. Ich habe in meinem Leben so viele Pfade beschritten. Und meine alten Beine mangelt es an Energie, die sie einst hatten. Ich kann aber immer noch meine Pflichten innerhalb des Stammes erfüllen. Manchmal braucht eine alte Frau eben nur etwas länger dafür. Aber es scheint mir ein eifriger Jäger zu sein. Wir sollten eure jugendliche Vitalität auf die Probe stellen. Holt eine Wasserkanne vom Brunnen und bringt sie meinem Sohn, dem Häuptling im Camp Narache. Vergesst nicht, dass selbst die bescheidenste Tat die Anerkennung der Ahnen finden kann. Holt eine Wasserkanne vom Wasserbrunnen, bringt die Kanne Häuptling Hawkwind im Camp Narache, das nordwestlich des Wasserbrunnens liegt. Jawohl. Moken wir. Quest abgenommen. Eine bescheidene Bitte. Dann nehmen wir mal hier so eine Wasserkanne. Oh, du kannst entspannt öffnen. Das dauert seine Zeit, so eine Wasserkanne hochzuheben. Ums. Alles klar. Und auf geht's. In diese Richtung müssen wir. Eben schnell. Ganz entspannt. Scheiße. Muku. Kein Schweinchen in den Dornen. Ich raste aus. Na, wir werden gleich erleben, was er meint. Mann, Gott, ist das hier voll. Ja, Hahn, wir hören dich ja. Jo, für alle, die neu und frisch hier im Fuchsbau sind, das ist der Hahn. Der Hahn sagt uns immer dann, wenn eine Folge zu Ende geht. Und dann breaken wir erstmal, bevor es dann nächste Folge weitergeht. Somit bedanke ich mich jetzt an dieser Stelle bei euch fürs Zusehen. Hoffe, ihr hättet soweit bei Ihnen Spaß. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst doch mal eine Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich immer gerne unter Video posten. Und ansonsten sehen wir uns dann gleich im nächsten Part wieder. Und werden hier im Montag noch ein bisschen vor uns weiterhin questen. Bis dahin euch erstmal viel, viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020